Musik Hallo meine lieben Retro-Freunde bei einer neuen Folge von Techno Babylon. So, wir sind letzte Folge hier stehen geblieben mit der Maid. Wir müssen die Maid irgendwie dazu bringen, dass sie uns ein bisschen mehr Hinweise gibt über das, was oben im Schlafzimmer war. Der gute alte Sexbot hier. Ähm, und ich weiß noch, wir sollen Engos mit diesen ganzen anderen Interface-Dingern hier machen. Äh, lass mich nur mal kurz überlegen, müssen wir eventuell so, äh, das so machen. Warte mal, gerade Joltgern. Ein big ol' Joltgern wird nicht funktionieren. Ähm, ich stehe kurz ein bisschen auf den Schlauch gerade. CI-Split. Ah ja, ah ja, genau, wir haben diesen, ja, natürlich. Wir haben diesen CI-Splitter bekommen. The CI-Mindsplitting-Programm that Liam Stepford cross-loaded to my Traveller. Its job is to break the Mindstates of CI-Units down to personality, role and platform memory units. Right, right, right. Okay, äh, kann ich das jetzt hier bei dem, bei dem nutzen? Okay. Downloading. Äh, acquired drinks machine. Also, wir haben jetzt, äh, Mindstate, State acquired. Okay, das haben wir aber jetzt nicht hier drin. Das haben wir automatisch nur hier drin, ne? Das heißt, das kann ich das Ding auch benutzen bei hier. T-H-E. Bei Sheffy. Okay. Äh. Ansonsten war's das, ne? Food Machine. Okay, kann ich, oder kann ich das jetzt auch noch hier mit benutzen? Mit der, äh, mit der Might hier. Aha. Okay. Okay. Wir haben Personality. Ah. Entweder hier Select Personality Made oder Chantal. Chantal. Äh, dann haben wir hier Chef, ne? Food Machine und Barman. Memory Made Chef Barman. Ich muss jetzt auswählen, oder was? Ah, okay. Ah, okay. Personality. Okay, ähm. Welche Personalität nimmt... Och, rollern wir auch noch mal. Ich weiß gar nicht mehr, was die Rolle war. Oh, fuck. Ich hab, äh... Der hat letzte Folge ein bisschen davon erzählt, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Guck mal. Memory. Das müssen wir ja auf jeden Fall die Mate machen, ne? Weil die... Die muss ja... Wir müssen ja auf ihr Gedächtnis zugreifen, was oben geschehen ist. Aber ich denke mal, das ist korrekt. Personality. Ich denke, Chef labert generell viel, oder? Also das Chef... Cheffy hier. Und Roel. Vielleicht Barman. Mal gucken. Ich, ich, äh... Check das mal jetzt. Okay, mal gucken. Hi! Uh, hello. Okay, auf jeden Fall ist jetzt, äh, Chefys Stimme. Äh, pff. Have you had your safety removed? Have you had your safety protocols removed? What's a safety protocol? Uh, it stops you hurting people. Or doing things you're not supposed to. Why would I want to do that? That'd be real mean to me. Yes, but sometimes there are... Accidents. This platform's got nothing like that. But I'm not gonna hurt nobody. Okay. Okay. You missed so ein bisschen den, äh... What can you tell me about the Vanderwalls? They're great fun. Drinks. Do you guys want something? Uh, no thanks. You sure? You look like a dry martini kind of guy. What do you... What can you remember? Das ist jetzt interessant, ja? What can you remember before you ran out of power? Ooh, ooh, ooh. Yes? I remember something. I, uh... What is it? I'm sorry. The memory module is holographic, but isn't wholly compatible. I need something to help me remember. You're asking for a bribe? Pff. Ha, ha, ha. Oh, Regis. I just need one of those nemi, menmi... Mnemonics? Yeah, that's it. So, something that'd help jog your memory about what happened. Yeah, that's it. Maybe we could use something from the scene. Also, die Knarre zum Beispiel. Why the hell did they get a synth like this? Everyone needs to eat, right? With you so far? So why make it a chore? Food can be fun with so much choice available. So, that's why they made you like that? Yep. I'm here to help anyone with whatever they need. Thanks. We'll keep looking around. Have a really great day! Hey, that's Mr. Gilles' Hand. Where did he leave that? Does this ring any bells? Oh, yeah! It's what Mr. Gilles used when he... when I... Oh, right. We were all up in the bedroom earlier this evening. You're worrying too much. You promised me that you'd gotten out of it. I have. This was merely a favor for an old friend. And look where it's gotten you. And look where it's gotten you. They were arguing about something. It sounded big. Don't you think I know what this could mean? You asked me to talk to that damn cell agent and I agreed. You see what I do for you? You see what I do for you? I know. And I knew you'd do the right thing eventually. It's not just because it's the right thing or because you asked. It's because of what it would mean to the whole city. Mr. Gilles was grumpy, but not a Mr. Dakari so much. Then he asked for some of his special wine. Chantelle, be a dear. Bring me my wine. This was the lousy stuff they've got in the wine rack. To law and order. Yeah, but he puts extra things in his wine as well. What? Gilles, what's wrong? I, uh, it must have been my... What? What is this? What's what? Mr. Gilles seemed to be real worried about something. Who are you? Come from here. Come from here. Gilles, what are you doing with that gun? Stay away. Don't come any closer. Ah, no. Get off me. Chantelle. He sounded like he was in trouble. Get it out of me. He kept telling me there was something in him. I asked what he meant. It's inside me. Get in there and get it out. And the maid's personality. She'd have done anything he asked. I didn't find anything, though. I didn't find anything, though. So, Van der Waal had a hallucinatory freakout. Sounds like it was whatever he was putting in the wine. We'd better find out what it was. Oh, I know. I know everything about drinks. Mr. Gilles was buying up cheap wine and using wetware to artificially age it. Wetware? Yeah, he kept it in the refrigerator. Ow, jeez, what is that? Can't you hear it? What's it in the fridge is a memory module with a strange configuration. Based on what you were told, you're certain this is what the blackmailer was after. Ah, okay, also hier ist ein Memory-Modul, was der Verschwörer, was der Typ, dem wir das geben sollen, haben möchte. There, the wetware on the middle shelf. It rapidly agees the wine to how it's wanted. Not anymore it doesn't. It's been reprogrammed. That memory module broadcast a signal. The wetware in the refrigerator is interpreting it as an order to reformat itself. So it stopped being a wine-aid and ended up a powerful hallucinogen? Looks that way. You want me to carry it? You look uncomfortable. Yeah, something about it hurts. Okay, das sollen wir ja eh mitnehmen. Für den Erpresser. Hey! We're heading back to Cell. A forensics team will be here in a while. Just don't try to make, cook or clean anything while we're gone. Okay? I got it! Krass, ey, ich bin voll der Pro. Ich hab direkt die richtige Konfiguration gewählt. I'm fucking genius, man. Autopsy lab, okay. Oh, du hast ihn gefunden. Why would it be so? Dr. Regis. You. Soulless. Callous. I promised him! His euthanasia was a necessary measure. 75% of the captured bombers have attempted self-immolation in custody. The risk of repeating such an action was unacceptable. He wouldn't have. Whatever the case may have been, cell command offices are now safe from... Central? Uh oh. General Alarm General Alarm Central Functions Compromised Localized Key War Attacks Detected Within Horristic Barrier Systems Systems Entering Siege Mode All Personnel Equipped for Abstract Dynamic Aftermeasures Please Report to Action Stations Repeat Abstract Dynamics to Action Stations Sounds like I'm needed Abstract Dynamics Remember, no matter what Central says You've done a great job today Abstract Dynamics Ist so eine Sache, ne? Kann ich schon verstehen Wenn die Dinge halt hochgehen, ne? Ist natürlich gefährlich Ah, ist natürlich so eine Sache Ich mag die Musik im Hintergrund, die ist total gut Surgical Apparatus, okay Was ist hier? Sie haben Drums wie das für Auto- oder Telepresenz-Surgery Seit ich ein Kind Sieht, wie es mit der Autopsie ist Okay Es ist operiert von Central Es ist nichts, was ich damit tun kann Okay Was haben wir hier? Hand X-Ray Es wurde bereits für den Report Wahrscheinlich die hohe Quantität von Explosiven in seinen Händen Was giving ihm joint Probleme Poor kid must have been in a lot of pain Okay Autopsie Report Thomas Beckett Der Name Suspekt terminate im Prozess Of Security Actions At Barbers Gate Transit Station Engage in behavior Deemed threatening to public welfare Also die haben ihn halt terminiert Weil er halt ein Problem darstellt Für die zivile Bevölkerung Äh Surgeon's Report Er wurde sogar schon im Kindesalter gemacht Beziehungsweise im Fötus Ähm Also da haben die den schon Ähm Engineered hier Äh Throughout childhood The normal deposition Of Calcium Compounds Into the skeleton Has been reprogrammed To substitute Explosive Nitrate Compounds Leading to secondary bone disease Ja, das haben wir schon gehört Also sie haben da so Ähm Explosives Nitrate reingesetzt Anstelle von äh Von Knochenmark Zum Beispiel von dem Calcium Subject was taken into custody Without harm to public But has been determined To be a continued danger Did your physical composition And risk of relapse Into undesirable worldview Subject was terminated Okay Portion Disposal of Disposal of remains Should be handled With extreme care Though subject can no longer Trigger a detonation Skeletal remains Still retain risk of volatility And with care As with previous such cases Also man muss immer noch Aufpassen weil Die Dinge können immer noch Hoch gehen Okay Gut, jetzt haben wir hier Noch ein X-Ray Okay Ist hier sonst irgendwas Hologramm Es ist ein volumetrisches Hologramm Selbst ich weiß Ich kann es nicht Eigentlich holen Ja Irgendwas hier zum gucken Sie haben holomappt Seine Struktur Jahre von Genentamperung Letzten dieses Kinds Hologramm Weckend und Warped All around his body Ah schon ganz schön bitter Was sie gemacht haben Äh Remains Reports tell you that He was euthanized shortly After being taken into custody Despite assurances That his death Was a product of Central's caution You can't help But perceive it As a spiteful show of power Ja Also eigentlich war es ja Nur zur vorsicht Laut Central Aber er fühlt sich halt Verarscht hier Weil eben das versprochen hat Dass alles okay wird You've never personally Performed an autopsy But you're sure that You'd need more than You're bare hands Ja Ich glaube auch Haben wir das Messer noch? Ne Memory Ah ja Ah ja genau The strangely configured memory module Demanded by the blackmailer Gives lau a headache When she's too near it Suggesting it's broadcasting a signal That her wetware is picking up Ah okay So was haben wir hier Surgical tools Brauchen wir grad nicht Ansonsten ist hier nichts mehr Ne War hier noch irgendwas Surgical apparatus Autopsie report Haben wir gelesen Okay Ich gehe da mal Mal raus Horridor Ich finde die Musik so geil Die ist so Weißt du So Ah so diese typische Sci-Fi Musik So Ich mag das aber gerne Auch in den älteren Mass Effect teilen Können wir hier In unser Büro gehen Ach Krass Die ist auch hier What Okay Kann ich irgendwas Im Terminal machen Guck mal die Mails Ob wir eine neue Mail haben Äh Ist das Ja Das haben wir Gelesen alles ne Are you hanging lau so much Von der wal Da ist nichts neues drin Äh Ne Da ist alles Äh Am alten Ansonsten Geh mal raus Naja wir können natürlich Noch wegfahren Dem Dem Typen das Ding geben Äh Ja Ich guck mal ob es hier weiter geht Ansonsten fahren wir halt zu der Stelle wieder Waiting room Achja da war dieser Typ noch drin ne Achja da war dieser Typ noch drin ne Aber jetzt mit dem reden Oh Geht mal voll auf die Ohren Hey Kid Bist du okay Sie haben diesen Mann letzte Nacht Er hat etwas in seinem Wehr Ich glaube das bedeutet Ich bin Ich verstehe nicht Keine Ahnung Also mit dem können wir gerade Nichts machen Das heißt wir müssen eigentlich wieder wegfahren ne Unglaublich Lästiges Geräusch Fast so schlimm wie meine Meine äh Tür klingel hier Die ist noch schlimmer Okay Ähm Ich fahr mal wieder zurück oder LHQ Balcony So Frage Okay Fragments Some kind of clear Smosh Smosh No Smashed Smashed remains Lie on the grass Also irgendwelche Fragmente hier Was sind das so What the hell is this It is what you saw earlier To show you two things Firstly It serves to prove What I have in my possession Second That you must be very careful What you say When you speak with me I have the memory module From Vanderwall's place Good Place it on the bench In your garden Äh Also da ist die bench Okay Äh Ja mach ich Okay Module is in the garden Excellent I'm sending you an address It's a dump of a studio apartment Out in the barrel The occupant is on vacation I want you To destroy it Excuse me Procure an explosive device Planted within his apartment Äh Äh Ich soll das apartment hochjagen Äh This is too far I'll do it Why that apartment Die Frage ist Kann ich Fragen stellen Ich würd Ich würd gern Fragen stellen Weißt du Aber Weißt du Da kommt er wieder an H-H-H-H Auf Fragen zu stellen Und dann zerspricht mir Da wieder Wieder irgendwas zu meinen Eiern. Ähm, why that apartment? Ich frag mal grad, the why that apartment. Okay, ich frag mal ne Bombe. You work for Cell, Dr. Regis. If anyone had access to such a device, I have no doubt it would be yourselves, legitimate or otherwise. Okay, die Frage ist, können wir, können wir sagen, ne, das machen wir nicht, nein. Es ist too far. Was passiert dann, weißt du, was ich meine? Ich denke mal, wir müssen es auf jeden Fall machen. Und wenn wir das klicken, dann macht er, macht er nur wieder was kaputt. Deswegen sag ich erstmal, wir machen es, da ist sowieso keiner drin. Ne, von daher... Okay. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ich wusste, du würdest die richtige Entscheidung machen, Dr. Regis. Zurück nach deinem Garten, nachdem die Aufgabe complete ist. Ich werde dich dann kontaktieren. Es ist sehr interessant. Kann ich das Memory-Modul mitnehmen? Äh, besser leave it where it is. That's where, okay. Also, wir sollen es hier lassen. Echt? Aber hier kommen doch Leute hin, oder? Oder, oder? Keine Ahnung. Äh, gut. Dann können wir da jetzt direkt hingehen, oder? Wie sieht es aus? Aber dann müssen wir erst ne Bombe holen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich ne Bombe finden kann. Ich frag mal, geh mal zum Apartment. Mal gucken. Das war's für heute.